hallo lieber zuschauer und herzlich willkommen zurück zu far cry 4 ok was machen wir denn diese folge würde ich sagen gehen wir mal zu diesem ort und dann machen wir den außenposten hier dann ist sie auch mal erledigt sind schon wieder ein paar gegner am start ich den treffe nö war drüber den habe ich getroffen haben die hier eine straßensperre aufgestellt diese miesen kleinen wichser hier steht ein buggy den will ich auch mal haben hatte ich noch nie schläft hier eine jo der hat geschlafen jetzt nicht mehr ok dann holen wir uns hier mal den buggy ich müsste mir auch mal ich weiß nicht werden die spritzen automatisch hergestellt oder wie funktioniert das kein keinen schimmer den haben wir hier schön positioniert und auch schön wieder aufgestellt nichts leichter als das ok dann gucken wir mal hier rein ja lungs fäulnis ort entdeckt sehr schön oh hier können wir hoch aber hier haben wir noch die truhe und einen brief amo tagesberichte ja das könnt ihr euch durchlesen wenn ihr wollt ok so dann gucken wir mal hoch so ja wir gleich die nächste truhe flash laufwerk so hier haben wir ihn wieder einen brief verloren an brief gefunden kann ich hierdurch schade 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 hier muss ich hier reinkriechen ok dann sind wir hier auch schon wieder fertig fertig und dann bewegen wir uns hier hin na er ist noch hier hin ah der buggy gefällt mir ist ein bisschen schneller unterwegs so hier kurz halten schön aufgebockt mal sehen ob ich da wieder zurück äh wegkomme so mal testen yes aber weg oh shit hier sind wir ja schon da ist einer der hund ist auch am start wie man hört da sind es zwei oh ein dicker hat er entdeckt kann ich da oben rein gucke ich mal kurz nö schade sehr schade wäre cool gewesen komm drüber weg sag dir Eier waschen nein weg nicht lass das los mit dein Hürren auf den Kaus schmeißt die Baby auf mich und greift nach meiner Waffe ok bei bei Mordors Schatten hätte ich jetzt aufs Feuer geschossen haha aber wir sind hier ja nicht bei Mordors Schatten ach Hunde ja pfff null what the fuck da läuft der Penner los na komm um die Ecke shit darf mich nicht entdecken was macht der denn jetzt nein test dich ach shit ja dann bitteschön wir sind schon auf dem Weg bitteschön warte das so ich werde dich umbringen versteck dich ruhig versteck dich ruhig ja ist er schon tot wir kommen aus Westen Westen au au oh shit au 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 für welchen König ei 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 nicht so so nicht what the fuck au oh jetzt gehst erstmal gut rauf so und wer führt sich hier jetzt noch auf jawohl keter landsitz außenposten befreit 8 von 24 erst das ist nicht viel ok ok erstmal machst das hier halt zum heilen dann hier schön wieder alles lupen nein das wollte ich nicht alter pass doch auf hier gibt es auch eine Fähigkeit schnell lupen oder so das wäre cool wir fahren schon wieder die kranken Zivilisten rum hört sich an als wäre einer überfahren worden lass mich mal kurz hier looten ja danke so jetzt könnt ihr weiter pass doch auf aus dem posten mission alter achso hier ne will ich nicht äh ja ok dann gehen wir mal hier in die Bude nochmal die ganzen Sachen verticken bla 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 halt dein Maul so schnell verkauf sehr schön Munition auffüllen sehr schön so ja jetzt was willst du was ist passiert dann kann ich helfen töte ihn schick ihn zur Hölle so hier her damit ja her damit gut gehen in die Hölle er kam mit der Royal Army und wollte uns anwerben und unsere Anlebenden haben sie alle getötet außer mir wie traurig schweine schweine sind fort und wozu für ein Opium fällt die menschen haben hunger das ist keine überraschung die da oben interessieren sich nur für geld das stimmt ravi rai rana ravi rai rana ravi rai rana ist am start So, oh shit. So, mit was muss ich den jetzt töten? Muss ich doch wieder eine bestimmte Waffe haben, oder? Irgendwie so war das doch. Nö, was haben wir denn hier? Oh oh. Ein Revolver, oh Gott. Ah, hier, komm. Töte den Kommandanten mit einer Pistole. Okay, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Nee, ihr seht mich nicht. Halt, Waffe wechseln. Denn den Kommandanten sehen wir ja noch nicht. Nummer eins. Nein, er hat nicht gesehen. Shit. Oh oh. Leute, ihr scheitert. Wir haben keine Waffe benutzt. Fuck you. Kann ich wissen, dass das der Kommandant ist? Verdammte Scheiße hier. Dammit, shit. Na dann, versuchen wir mal uns rück. Wie weit ist der wohl weg? Er bewegt sich zu viel. Den hier. Jawohl. Okay, 50 Meter also. Okay. Nein, du siehst mich nicht. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, du bist gleich tot. Ja, bewege ich nur hin. Ganz genau so, du kleine Wichse. Wichspossi. Shit, das ist er. Oh, ich gehe erstmal oben drauf. Geh nur oben drauf. So. Schon wieder? Ich gehe dich auf. So. Ist ganz schön schnell unten. Das hätte ich nicht gedacht, dass der so schnell runterkommt. So, mach ein Foto der Zielperson. Ja, machen wir gleich. So. Zack. Dann den seine Sachen noch aufsammeln. Sachen von dem hier noch. Und dann haben wir hier eine Truhe. Hier ist auch noch eine Truhe. Okay. Und hier drüben haben wir auch noch eine Truhe. Sehr schön. Wo ist sie denn? Hier dahinter. Habe ich genau gesehen. Hat das Spast. Rupien erhalten. Okay. Ach, das K bedeutet Rupien oder was? Und das, wenn ich mal gewusst hätte. Hallo. Bam. Solche Spast. Okay. Was können wir als nächstes tun hier? Das hier machen wir. Bombenschärfung. Einfach weil wir so gut darin sind. Anscheinend waren die letzten Außenposten, die der goldene Pfad erobern hat, kein Zufall, Leute. Der Pfad kontrolliert jetzt fast die Hälfte der Außenposten im Tyrasse. Ich soll sie mir demnächst mal ein paar davon ansehen, aber das schiebt nicht schon lange vor mir her. Vermutlich wegen der ganzen Horrorgeschichten, die man sich über die sanitiere Anlagen dort erzieht. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Steig doch aus jetzt. What the fuck? Was war das denn jetzt? So, hast du wenigstens was dabei gehabt? So. Das berührt mich wenigstens keiner an. Okay, 36.000. Ja, der wird dir nichts mehr sagen. Das ist unser Ziel. Ich sag dir nichts, ich bin tot. Nein, nein, nein. Hier ist die Trüge. Robby Ray Runner, äh, Rebby Ray Runner, Robby, der Robby, ja. Oh. Oh, her damit. Dankeschön. Auf zum Wagen. So. Rein hier. Und auf geht's zum Bombenenschärfung. Schönes Bild hier oben drin. Na. Leichte Framedrops. Brems doch. Okay, erstmal gucken, wo alle sind. Jetzt hab ich meinen schönen Granatwerfer entzockt. Verdammt. Au. Waren wir hier nicht schon mal? Ja, hier waren wir schon mal. Da drüben haben wir ein paar Leute. Zumindest einen. Ah, und hier ist einer. Okay, mehr sehe ich jetzt nicht. Oh, der hat mich fast gesehen, der Bangle. Ist aber nicht nett. Boom. Boom. Okay. Nummer eins haben wir. Unbemerkt haben wir die bekommen. Zu oben ist noch ein Gegner. Ah, bewegt dich nicht. Bewegt dich nicht. So, okay. Der erste ging leider daneben. Oh shit. Oh shit. Shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Okay, ich verstecke mich hier. Der andere stört sich genau auf den zweiten Punkt. Und die jetzt auch noch, oder wie? Findet raus, was das war. Das war ich, du Penner. Da oben steht der mit dem Mörser, oder? Komm, lauf auch auf den Punkt. Nein. Nein. Hier ist keiner. Der Scheißkerl ist nicht mehr hier. Nein, 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 nein. Oh. Oh, oh, oh. Ah shit, er hat mich gesehen. Und ist tot. So. Ist mal hier. Nein. Äh, ach so. Hier kann ich wieder nur Seitenwaffen. Ja. Ich möchte den hier looten. Kann ich wohl nicht. Schade. So. So. Jetzt mal die ganzen Pfeile aufsammeln. So. Was hast du hier noch dabei? Okay. Habe ich jetzt alle? Nee, den hier noch. Der hier hat doch sicher noch was Schönes dabei. Konnte ich nicht lesen. Hier oben habe ich noch einen getötet. Hier habe ich noch einen getötet. Nee, 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 nee. Waffe wollte ich nicht wechseln. Ja. So. Wie schön, dass sie alle gleich rausgelaufen sind. Rausgelaufen. Sie sind alle rausgelaufen. Ist das ein Mieter? What the fuck macht die hier? Steck die mit denen unter eine Decke. Ich trau dir nicht. Na, bewege dich nicht. Du sollst dich nicht bewegen. Komm, bleib stehen. Bleib stehen. Tu's für mich. Bleib stehen. Ich bitte dich. Bleibst du stehen? Du bleibst stehen. Okay. Jawohl. Ist hier noch irgendwo jemand? Nein, ich sehe keinen. Na dann, los geht's. Nee, keiner da. Keiner da in Kanada. So. Entschärft. Entkommen erst dem Gebiet. Na, erstmal hier noch looten. So. Dankeschön. Entkommen erst dem Gebiet. Hm. Au. Ja, dann entkommen wir mal aus dem Gebiet, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Muition. Ah, kann ich wieder nicht nehmen. Entkommen erst dem Gebiet. Sehr schön. Geschafft. Okay. Ah, darum steht Amita da drin. Na gut, das war's aber jetzt mit dieser Folge. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Einschalten. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bei Let's Play Far Cry 4. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.